so liebe leute herzlich willkommen wir machen heute weiter mit unserem kleinen display in der letzten folge haben wir tatsächlich ein eher unerwartetes teammitglied gefangen im ewig wald und das heißt ja hier kann man gerade gar nicht weiter also wer hat uns das nächste ist gleich komplett aufgeschwatzt das ist noch ein pokétex du hast bestimmt professor eiber aus oder wer hast du denn okay falls du das merke ich mir mein name ist sind ja und ich bin ebenfalls beim pokémon trainer letzter zeit studiere ich die mythologie der pokémon einfach aus interesse daran hier in ewig genau steht die statue eines ein natürlichen pokémon und sagt es sei ein extrem mächtiges pokémon gewesen wer weiß vielleicht begegnest du ja auf den reisen so auch auf seine pokémon ja probiert hier mal aus ich bin mir sicher dass die nützlich sein werden term 93 liebe leute jetzt zerschneide aber die vor allem attacken ein dazu kleinere bäume besitzen die den weg versperren wenn du mit einem pokémon schneider einsatz kann ich so ein ort der vorher nicht erreichen konnte ist das ist wichtig mit pokémon einträgen zu füllen denkst du dich auch viel glück auf den reisetrainer ja wir haben das sind ja die werden wir noch im laufe der story wiedersehen aber wir haben was ganz ganz süßiges gegeben und zwar die form zu schneider tm 93 beziehungsweise über die app die wir jetzt haben so in dieser folge wollte ich jetzt eigentlich was anderes noch machen unter anderem auf diese statue gucken in die pokémon faktors eigentlich eingemeistert geburt von dia am beginn der zeit lacht oder weint plus der zeit konstant deswegen von dir kriegst es kaum diesmal an manchen stellen ganz verschwunden angeblich hätte diese stadt ein pokémon dann das verlange lange zeit geliebt hat so ist das gute 206 ach ich weiß wo ok ich muss kann was gucken kann man kann man ok dann bleibt trotzdem der derzeit bleiben denn ich habe eigentlich über meine sich jetzt hier oder 206 aber es ist es wurde 211 und noch gut ist 211 können wir irgendwann weiter zu schwach glaube ich also ich warte ich will ja im zwischen pokémon ins team wollen so jetzt muss ich natürlich was gucken ob ich habe ich dieses pokémon überhaupt in dieser edition fangen kann ich muss jetzt gerade gucken habe ich dieses pokémon überhaupt überhaupt in dieser edition bekomme ich bin nicht dass ich das pokémon nicht kriegen kann ok ich guck mal gerade wie stark dieses ein weiteres pokémon eine weitere idee wäre ich bin jetzt gerade noch mal zwischendurch ein bisschen laufen lassen muss weil ich muss gerade mal ein ein bisschen durch switchen ich brauche so ok aber wir haben einen tag bekommen so eigentlich war ich jetzt gerade mal was habe ich jetzt gerade gemacht ich habe jetzt überlegt habe ich mir klinkl ins team nehmen kann ich habe jetzt überlegt ob ich mir klinkl ins team nehmen kann weil ich ein psychopokémon baue das pokémon was ich eigentlich gedacht hätte kriege ich nicht ich muss also wieder ein bisschen unswitchen ich weiß aber noch nicht genau welches das ist das problem jetzt werde ich hoffen oder dass ich das pokémon was ich eigentlich doch nicht haben wir doch immer noch erfüllen naja gut ich suche jetzt hier ein bestimmtes pokémon weil ich dann weitermachen will auf der rote 205 und zwar die trainer noch besiegen dazu brauche ich aber ein pokémon pokémon soll mir neben kramurks in der nächsten arena helfen die ich hoffentlich morgen machen kann morgen anspielen kann das heißt ich muss natürlich jetzt pokémon suchen wenn wir bei der nächsten folge wollen wir dann eben genau mal genauer die lupe nehmen ist das jetzt die planung also dieses pokémon hat sich nicht alle vorhatte habe ich jetzt quasi zufällig und richtig nicht in die sedition ja gut ich habe kaum ausgekriegt aber ich habe jetzt das plan da gibt es dieses pokémon nicht an mal suchen ich muss jetzt tatsächlich nachgucken hm gut 211 schon mal pokémon mal gucken Sollte. ich würde wahrscheinlich kein von zehn prozent ja dann ist das heute mal suche das wir machen aber nicht mit dann mit einem anderen pokémon ich habe ich muss jetzt bestimmt das pokémon dann hätten wir schon drei ziemlich vieler ja zu mir leid dass es jetzt gerade ein bisschen weil es ist natürlich jetzt der fall dass wir jetzt ein bisschen so kommen wir suchen kommen hier nämlich sonst nicht weiter oder sind nur diese zwei träger okay wenn ich habe ich dachte das wäre jetzt ein paar ja medizin war auch eine kleine option wieder wäre als psychopokémon eine kleine option aber ich habe dann ein etwas anderes pflanzen ein anderes kampf pokémon geplant deswegen ist medizin nicht wirklich das wäre wie gesagt leider komplett unschüssig was ich nehmen soll kling blimp war die überlegung gerade deswegen aber ach wisst ihr was wir machen es einfach warum nicht einfach mal im let's play was unswitchen ausgrühen weil das pokémon was ich eigentlich gedacht hätte gibt es nicht so sollte ich jetzt ein weiteres kling klimp finden werde ich mir dieses pokémon warum machen wir es nicht einfach mal warum machen wir mal was verrückt ist ich habe zwei verschiedene pokémon hoffen dass wir hier auftauchen das problem genau dann wenn du die suchst die findest du die tauchen die beiden wisst ihr auch wie medizin So, das ist ein Pokémon, das wir noch nicht wirklich gesehen haben. Und es ist tatsächlich das Pokémon, das ich gesucht habe. Es ist Punita. Punita ist ein großes Teammitglied werden. Ich habe dieses Pokémon, wenn ich jetzt kein Mox nicht gekriegt, als Helfer für die Pokémon Arena geplant. Jetzt, wie gesagt, in eine Pflanzenarena. Ja, jetzt hörst du mir ein Ding sagen, jetzt kommt man so ein Scheiß. Ja, wie gesagt, verrückte Dinge. Dann fehlen uns noch zwei Teammitglieder, glaube ich, meines Wissens. Die wir dann aber etwas später finden. Und damit herzlich willkommen im Team Punita. Es ist mit Nummer 4 jetzt. Nein, das ist immer 3. Entschuldigung. Weil Nummer 4 wäre ja jetzt, ich weiß nicht, Luxio aus dem Team. Dann suchen wir jetzt tatsächlich noch ein weiteres Pokémon. Ich muss natürlich hoffen, dass ich einen Feierhaler mit dabei habe. Habe ich natürlich nicht. Das heißt, ich muss jetzt wieder hoffen, dass ich jetzt auftaucht. So, Punita ist es auf jeden Fall wieder mal. Und ich sage ja gerade, wenn ich dieses Pokémon auch anders verrasse, dann haupt es tausendfach auch. So, das heißt, ich werde jetzt mein Team wieder umbauen. Also, was ich jetzt umbauen, ich werde mein Pokémon am Anfang jetzt steht, rübernehmen. Ich werde Piprin da vorne ziehen. Und werde mir tatsächlich jetzt das Klingwim suchen. Was ich gerade zuhauf gefunden habe. Und jetzt kann ich mich nicht mehr finden. Ich hoffe, das war die Trainer. Und dann nimm mal gleich, nimm mal zurück, haben wir die Trainer nochmal noch mit. Nimm mal da noch mit. Nein. Aber wenn wir jetzt sofort finden, dann sind wir die Trainer auch noch mit. Wobei auch noch vier Stück. Naja, das frisst wieder komplett raus. Dann machen wir mal die Kult. Warte mal noch. Ich muss jetzt tatsächlich suchen. Weil genau das war jetzt eigentlich nicht die Planung. Das ist jetzt an, ewig und drei Tage nach dem Kichernsuche. Jetzt taucht Britta zu haupt aus. Auch aber nicht mehr Klingwim. Ich habe Klingwim Palim Palim, glaube ich, einmal privat gespielt. Ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich muss jetzt nur ein bisschen Glück haben. Wie beim haben wir jetzt kein Kampf Pokémon zu sein, der hat mir die Klingwim meditiert. Weil auch die Weihnachtung medital ist, ist eigentlich... Okay. So, sei bitte weiblich. Dann habe ich dich. Oh, das ist wirklich egal. Aber weiblich wäre es cool. Das wäre egal. Komm, nimm es rein. So. Eins. Zwei. Ne, doofes Kind. Fusion. Bist du in den Pokobald? Ich möchte dich gerne im Klima. Okay, dann müssen wir es tatsächlich auch schwächen. Ja, wie gesagt, es wird jetzt ein bisschen schwieriger. Es wird natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, die Pokobaldon mit dem Zug zu fangen. Okay, du hast keine Lust, sich fangen zu lassen. Du wolltest ja nicht, keine Lust, sich fangen zu lassen. Okay. Du wolltest ja nicht, keine Lust, sich fangen zu lassen. Aber irgendwann musst du. Und damit hat sich bekommen mit dem Team Klim Klim. Das ist Team Nummer 4. Zwei Pokémon 4. Für unser festes Teammitglied. So. Gucken wir mal auf die Uhr. Wir sind jetzt bei 18 Minuten. Das heißt, ich kriege jetzt immer ein Problem mit den zwei Trainer hier unten noch rein. Wir zeigen, dass ich stärkeres Klim 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 bin. Von daher wieder an die Uhr bei. Dann wäre es sogar cooler. Egal. So, jetzt hole ich mir die beiden Trainer noch. Als erstes mal diesen Wanderer hier. Und dann da unten den komischen mit dem wieder komischen Abend. Schon wieder Kräuterberg sich vor uns eh. So riesig möchte ich auch irgendwann mal sein. Dann machen wir mal in der nächsten Folge. Doch. Geplant. Wie genau. Mit der Arena. Und dann. Was danach betritt. Danach hole ich mir die Träder drüben. Und gehe dann hoch in das Gebäude. So. Weil, wie gesagt, eigentlich war es anders heute geplant. Manchmal kommt es anders, was man nicht mehr macht. So, vielleicht schon ist jetzt mal Geschichte. Ohne ich wird es, glaube ich, genauso schnell sein. Das ist auch relativ zeitnah gewesen. So. Kram noch. Ich glaube, ich habe jetzt 17. Kram noch. So, jetzt muss ich hier unten diesen Stein wegmachen. Den kann ich ja, nachdem ich den ersten Waden erhalten habe. Ohne Probleme weghauen. Und dann kann ich den Typen mit dem komischen Haar. Das ist ein Vogelfänger. Ah, ich sehe gerade den kleinen Käfig da unten drin. Sieht ja nur diese wundervollen Schwingern. Petronia ist eine Vogelfängerin. Das ist eine Frau. Das ist eine Frau. Das ist ein Wodot. So, jetzt muss ich gleich mal was gucken, ob ich den Felskraft eingehen kann. Ich habe ja keine Elektro-Poké bei mir im Team besitze. Ich brauche also die tiefes Kru-Poké bei mir. Und das will ich jetzt gleich machen. So, die gute Dame ist auf jeden Fall gesiegt. Die kommt in das Hoto und das Geschichte. Und ich gucke jetzt gerade mal noch mal schnell was nach. Ja, kann ich lernen. Gut, ich brauche mich Pizza da oben nicht, weil ich ja Kramoks habe. So, gehen wir mal auf Kramoks. Das kann sie mich jetzt auch lernen. Das ist erst mal Pflücker für Windstoß. Alles klar. Gut, ich habe dann mal hier und noch ein Item. Und zwar die TM12 erhöhen. Ich glaube, das kann, sorgt dafür, dass der Gegner nur noch Angriffsattacke einsetzen kann. So, guck jetzt, was die Uhrzeit betrifft. Wir haben jetzt 22 Minuten.